komm hinter elektro was macht man immer so damit da keine leute hinlaufen okay da war es halt nun irgendwie kann man sich heilen ach das ist er ich wollte schon sagen blutschweiß und tränen wir müssen reden wir reden später nein als du mich angerufen hast hieß es der deal der tod sicher herkommen ein paar tage entspannen und dann die waffen nach afrika schippen so war es auch geplant aber das hier ist ein verdammter bandenkrieg schräg dich ab sing scheint ein problem mit uns zu haben okay wir müssen nur rausfinden warum mir gefällt das nicht keine sorge das jetzt nicht nur viel spaß hier in ein paar tagen bist du auf diesem boot es gibt mir gerade so schlecht gibt es ja so viel scheiße tja schön ein schönes das schwarzen dass sie mir der normale weg gewesen doch das war das mit der treppe da kommt man hierhin wo es nicht mehr weiter geht okay das heißt wir müssen jetzt einfach wieder hier aber was zum teufel hatten wir für ein komisches ausbeutel ist hier wird gerade zwischen gespeichert und der weise wird dort zwei schneiden vorsicht er weiß schon direkt wo es kommt jetzt holen wir okay hat er gerade echt auf mich geballert das ist da kommt kommt mach mal einfach mal kommen wir zum achten ja ich habe ein schön kein plan hatte was ich sonst die es hätte okay warum ist die schrubt ja leute der letzte schuss war zwar jetzt unnötig aber ja ich komme ja schon was sind das jetzt leute geht mir jedoch nicht einfach eine halbe zeit lang auf dem komischen scheiß klaren weiß nicht suchen wir die anderen sind sie nicht ich würde auch gerade sagen ja das ist eine gute frage wo sind wir hier okay ich trete die türe lang man verschickt sich nicht hinter wäschekisten versteck dich hinter normalen sachen ist der tot ich bin mir nicht sicher deswegen gehe ich mit der mp voraus ist da noch einer drin und jetzt zieht euch das rein was dieses spiel deswegen haben wir auch immer diese tolle verpixelung im bild wenn ich baller denn es ist in deutschland verboten so viel gewalt und blut zu zeigen deswegen wo das spiel in deutschland sehr scharf sehr massiv für mich das ist ja schon bald unlogisch ich finde ein bisschen sehr übertrieben das war der raum wo der typ rum lag und das ist echt das ist echt ein bisschen sehr übertrieben Mensch, da sind noch mehr! schweiner Ok nursery okay ich bin L abgleich Muss man sich mal überlegen, was das für Freunde sind, ey. So alt Kollegen, da ruft der ich so an, ey, lass mal hier so einen kleinen Bandenkrieg machen. Da hat er gesagt, ey, ich hab voll den sicheren Deal für dich. Ist auch alles total sauber. Na ja, ich guck gerne in die Höfe. Die ich nicht sehe hinein. Ah, da sind sie. Dann hat's schon wieder einer nicht geschafft. Krass. Das ist ja richtig krass, ey. Shit. Und sie sehen ja gar nichts mehr. Scheiße, das ist ja immer cool, ey. Ist ja richtig massiv, oder? Komm noch da hoch. Oh, ich kann schon noch ein paar verpassen. Was? Das ist ja schuldig. Ah, das war's. Was? ich glaube schon nicht das kleine bluder ja jetzt hat es super jetzt ist mein tolles gewähr wird ich gerade kriegst auch wieder leer ja super komm jetzt wieder auf die mp wechseln oder sieht man oder haben die hier vielleicht jetzt ein paar gewehre fallen gelassen ich meine die haben ja relativ ich schwöre es schon Prozent Kurskommunikungen er hat dort ist so wieder sie Was ist das denn? Scheiße, eine kann ich nicht nur entspannen, was? Das ist so dünne Holzbetter, was? Ich weiß nicht, aber es ist gut, aber es ist gut. Von der Physik ja jetzt. Scheiße, das ist echt scheiße. Weiß ich nicht, aber es muss ein Weg nach oben geben. Was ist das? Ach, das sind diese hässlichen MPs. Ich wechsle schon auf die. Die haben schon jetzt schon zwei Mal. Geht hier lang? Wo muss ich jetzt eigentlich jedes Mal vorgehen, Leute? Warum bin ich jetzt eigentlich immer hier mit Cain, der Verdammte, der immer die Tobe öffnen muss? Damit wir erschossen werden. Und? Was machen wir jetzt? Wir unterhalten uns mit Sam. Klingt echt einfach. Jetzt, wo die anderen bei uns sind, hält uns nichts mehr auf. Garantiert. Wir werden jetzt schon hier nicht... Okay, rausschwärm! Wir treffen uns in der Mitte! Was soll denn das bedeuten? Oh! Das Tür aufmacht, kommt eine Angeflogene. Was soll ich jetzt so von der Physik her? Also nicht, wer doch... Jetzt hier... Jeder schreibt dich durch mich. Scherz. Klar, ich hebe es noch. Und den ich dich circa zehnmal getroffen habe. Ja. Ähm... Hier hin? Der ist tot! Kommst hoch! Komm hoch, verdammt! Nicht runter, hoch, komm! Die Köln schuft deine Kollegen! Komm hoch! Die muss hochkommen! Verdammte Scheißen soll's hochkommen, wenn ich dir das sage! Das kannst du auch da hinweglaufen und treffst dich besser. Hauptsache, ich treffe dich! Komm hervor! Was ist denn da im Weg, dass ich den nicht treffe kann? Das ist nicht wahr, dass da irgendwie eine Blasscheibe oder so ist und... Feuer frei! Nee. Nee, nee, das ist jetzt... Super. Hab's gleich! Sagt der es eigentlich jetzt mal, dass der es durch hat? Vorsicht! Ihr kommt von da, ich komm von hier, ja? Komm her reingelaufen! Komm von da her reingelaufen! Nee, egal. Ich krieg die Kugel hin. Gehen wir! Was ist da wieder, ey? Muss ich haben! Vorsicht! Was ist da wieder, ey? Muss ich haben! Muss ich haben! Vorsicht! Hat was gereicht? Scheiße! Da kommt hier durch! Ich stehe nicht um wie so ein angewürzeltes Päckchen, ey! Ja, Z-Tipp! Ah, ne Tür! Oh Gott! Beschissene, stinkende Tiere! Wir sind da! Okay, Leute, seid vorsichtig! Wir wissen nicht, wie viele Leibwächter es singen hat! Halt die Augen offen, Kay! Sagten sie, während ihre Münder geschlossen blieben! Okay, Singh wohnt in einer Garage. So scheint es mir. Deswegen ist er auch der Ultra-Gangster. Weil ich mein, wer kann sowas schon von sich behaupten? Hier ist niemand! Das gefällt mir nicht! Lynch! Check das Gebäude! Sieh nach, ob Singh hier ist! Klar! Kayn! Du kommst mit! Ich kann mit mir kommen gleich wieder und sind ja alle Bote! Du! Raus! Mr. Singh, ich bin Lynch! Ich weiß, wer Sie sind! Was sollte der Scheiß auf dem Freeway? Hören Sie mir zu! So kriegst du garantiert nichts aus dem Platz! Na, Schnauze! Überlass das mir! Sie kommen mit uns! Sie halten sich für große Mann! Mutiger Mann! Erschießen Mädchen! Was faseln Sie da? Sie dumme Mann! Schießen falsches Mädchen! Welches Mädchen? Mädchen auf Markt! Shang-Chi ist Tochter! Nein! Das kann nicht sein!